Die Frage nach angemessenem Trinkgeld beschäftigt viele. Diese Richtlinien helfen, in verschiedenen Situationen die passende Summe zu geben und Serviceleistungen angemessen zu honorieren. Erstens, Restaurantbesuche. In Restaurants sind 10 bis 20 Prozent des Rechnungsbetrags üblich. Berücksichtige Servicequalität und Aufwand. Bei außergewöhnlichem Service oder größeren Gruppen darf das Trinkgeld großzügiger ausfallen. Zweitens, Hotels und Reinigungsdienste. Im Hotel sind 1 bis 2 Euro pro Nacht für die Reinigung und 5 bis 10 Euro für den Zimmerservice angemessen. Achte auf besondere Anstrengungen und passe das Trinkgeld entsprechend an. Drittens, Taxifahrten. Runde den Fahrpreis auf und lasse das Wechselgeld als Trinkgeld. Bei hilfreichen Fahrern oder besonderen Umständen darf das Trinkgeld großzügiger sein. Viertens, Friseurbesuche. Hier sind 10 bis 20 Prozent des Friseurpreises üblich. Höhere Beträge für besonders aufwendige Dienstleistungen sind angemessen. Und fünftens, Handwerker und Dienstleister. Runde den Betrag auf oder lasse einen kleinen zusätzlichen Betrag als Anerkennung. Bei besonders aufwendigen Arbeiten oder hervorragendem Service darf auch mehr gegeben werden. Trinkgeld zu geben ist natürlich kein Muss. Es ist dennoch eine respektvolle Geste und zeigt, dass die Bemühungen der Servicekräfte wertgeschätzt werden.